So, hallo und herzlich willkommen! Wie geht's deinem Freund? Meiner Freundin. Ja, ihr geht's gut. Dank dir, Dennis. Du hast das gemacht. Nicht ich. Nee. Können Sie sich von anders turteln? Gibt es irgendwas, das mir weiterhilft? Naja, Jason. Die Piraten haben eine Satellitenschüssel für ihre Kommunikation auf der Medusa. Du könntest in den Funk rausgehen und sie belauschen. Was ist die Medusa? Ein Schiff, das in der Nähe gestrandet ist. Die Piraten bewachen es. Der Pfad des Kriegers Schiff. Trainiere deinen Körper. Und dein Geist wird folgen. Das Patao wird dich weiterbringen. Naja. Also, anscheinend, jetzt darf ich ja nicht mal reden. Äh... Wow. Sehr witzige Haltung. Ähm... Äh... Anscheinend... Naja, gut. Ich bin jetzt nicht wirklich hier, äh... Weit jetzt... Also anscheinend spawnt man, wenn man das Spiel beendet, leider nicht da, wo man aufgehört hat, sondern da, wo man... Äh... Wo der nächste Punkt ist. Fällt der jetzt hin? Nein! Hahaha! So, jetzt ist er da. Okay. Oh. Das ist nicht gut. Okay. Nix passiert. Nix passiert. Nix passiert. Ich hab jetzt hier irgendwie einen Speed-Modus. Nix, leider nicht. Okay. Ich geh erst mal schnell fahren. Ganz, ganz schnell fahren. Ah... Hahaha. Ich glaub, ich muss da hin, oder? Ja, ich denk schon. So. Oh! Diamant! Ja, aber ich glaub, ich fällde jetzt echt keinen Niedermatt gebrochen. Ich... Wo muss ich das eigentlich hin? Äh... Dead, 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 low... Boah! So weit! Au! Ich kann hier schnell reisen, dann fällt mir so nebenbei auf. Was ist das denn? Verschollene Expedition! Das hört sich ja lustig an. Äh... Äh... So, bevor ich jetzt hier lang über... Verdammt! Ja. Wir machen jetzt hier schnell Reise. Ach, das ist ja ein... Ach, wieso muss das immer so weiter sein? Mein Gott! Und, wie geht's euch? Geht's gut? Weit ich? Gut. Das ist schön. So. Ähm, warte. Habe ich irgendwas zu vertrödeln? Äh, guck dich das an hier. Schöne Moschel, schöne Moschel. Sehr wochener Kompas. Jawohl. Gut. Äh, gut. Dann können wir gehen. Äh... Uh, was ist das denn? Enthalt Memory Card nehmen. Der Spei... Sammelbare Gegenstände. Uh! Rook Island steckt voller Geheimnisse. Zurückgelassenen Speicherkarten von Drogenschmugglern. Verlorene Briefe aus dem Zweiten Weltkrieg. Von den Rakia versteckte Relikte. Cool. Schnellreise. Ja, gut. Ich hab's verstanden, ne? So, jetzt. Lassen wir mal hier raus hier. Blöde Fliegen! Ich hasse Fliegen! So. Ach, glücklicherweise gibt's hier schon das Auto. Da sind wir... Ah, ich liebe diese Autos. Die sind so schön... Die sehen so schon sicher aus. So. Und mit meiner Fahrreise ist sowieso alles sicher. Gibt's ja nicht auch ne Hupe. Ein Airbag gibt's nicht. Nein, Airbag gibt's schon mal nicht. Aber... Scheint leider keine Hupe zu geben. Na gut. Ist ja wurscht. So. Ich hoffe, ich war richtig. Ich hab keine Ahnung. Ja gut. Hier sind ein paar wild gewordene... Ähm... Dinger, ne? Dings, Dings, Dingsis. Ich hab keine Ahnung, ob ich jetzt richtig fahr. Ich weiß es nicht. Aber wird schon richtig sein. Wir kommen jetzt. Ich mein, bitte. Was war das jetzt für ein komisches Bild? Da war irgendein komisches Bild, wo bestimmt drauf stand. Achtung, wenn ihr wartet... Oh! Habt ihr diesen geilen Stunt gesehen? Keiner kann auf zwei Rädern fahren wie ich. Das kann einfach keiner so wie ich. So. Ich hoffe, ich war echt richtig. Ja, aber ich denke schon. Ich komm jetzt langsam in die Richtung. Sieht gut aus. So, und ich fahr hier irgendwelchen, äh... Raudis hinterher. Sonntagsfahrer. Und drängen sie mal von der Straße. So. Alles gerade von der Straße gedrängt. Uuuhahaha. Okay. Ähm... Wie geht's weiter? Nein, kommt drauf. Mal lassen sie sich einhalten. Aufhalten. So, und wir wollen zu diesem komischen Schiff. Sind es die Rakia da vor uns? Ja, genau! Mhm. Wieso dreht die um? Oh, ist das ein Schiff? Ja, gut, jetzt verstehe ich's. Naja, theoretisch könnt ihr mir helfen, ihr kleinen... Blitzepolder. Okay. Ich muss es vor Piraten oder so wimmeln. Ich suche mir einen Aussichtspunkt. Warte, genau. Einen Aussichtspunkt? Hey, das ist eine gute Idee. Was ist das denn für ein komisches Blitzding? Okay. Aussichtspunkt. Kamera zoomen, fokussieren. Ist das ein guter Aussichtspunkt hier? Bin ich überhaupt beim richtigen Schiff? Ist das ein Viech? Oh! Das ist ein Typ. Oh, das auch. Noch einer? Oh, oh. Oh, oh. Okay, cool. Da haben wir schon mal zwei Typen. Aua! Okay. Ich werde ihm hier krallen. Oh, oh. Okay. Okay. Nichts passiert, nichts passiert. Take down! Auf geht's! Ha, 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 ha. Okay, cool. Cool. Los, noch schnell am Popo fassen. Gut. Okay, los geht's. So. Wahrscheinlich alle Kisten hier plündern. Nur, wenn ich schon mal dabei bin. Was ist da? Ach, ne, da geh ich jetzt nicht hin. Ist hier irgendwelche Gegner? Oh, ja. Da sind mehrere Gegner. Da sind mehrere Gegner. Oha, was ist das denn für einer? Oh, das ist so der Chef, oder? Das ist der Chef der Truppe. Okay. Kommen wir mal von außen. Oh, 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 oh. Uh, da war auch einer. Oh, da war ein... Oh, da war ein gleiches Wer... Oh. Oh, noch so ein Chef. Oha. Wofür kämpfen die überhaupt? Oh, je. Noch einer? Oder noch welches? Wirf ein Stein. Oh, oh. Komm. Ja. Los, komm. Und jetzt geht da nur einer von euch hin. Sehr schön. Ein König. Ja. Und gleich noch einer. Komm, 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 komm. Ja, Gott. Blut raus. Hey, die können sogar schweben. Okay. Durchsuche die Leiche nach dem Funkgerät. Oh, cool. Was? Fähigkeitspunkte erhalten. Sehr schön. Sehr schön. Oh, wo, wo, wo? Wo sind diese Fähigkeitspunkte? Okay, ich drücke jetzt mal einfach jedes blöde... ...jede blöde Taste in diesem Ding und nichts scheint zu funktionieren. Hey, ernsthaft, ich fühle mich verarscht. Das war, glaube ich, nicht gut. Nein, 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 nein. Oh, oh, oh. Ist das jetzt böse? Nein! Oh, Gott, nein, nicht aufregen. Nein. Kein Grund, sich aufzuregen. Ich suche mir einen Aussichtspunkt. Hey, das ist ja witzig. Die sind schon tot? Sind wir jetzt noch bei der Mission? Sind wir jetzt noch bei der Mission? Meine Frage, sind wir jetzt noch bei der Mission? Oh. Fähigkeiten. Sind wir jetzt noch bei der Mission? Mission neu starten. Ah, okay. Also sind wir schon noch bei der Mission. Aber irgendwie sind hier keine Gegner. Ist das normal? Ah, ja, da ist noch ein Gegner. Ah, das ist auch schön. Oh, da habe ich auch vergessen. Okay. So. Eine kubanische Zigarre. Natürlich schick. Sind hier oben Gegner? Hey. Ich bin völlig durchgeschwitten. Ja. Klettern. Nö, wir wollen nicht klettern. Ich will hier irgendwas holen. Und eine Kiste. Ja. 34 Kröten. Okay. Okay. Gut. Wo müssen wir jetzt hier eigentlich hin? Wo müssen wir jetzt hier hin? Ich weiß gar nicht, wo wir hin müssen. Müssen wir da hoch? Das ist eine echt gute Frage. Doggybag. Hört sich lustig an. So. Mann, jetzt wäre der Bogen echt viel besser gewesen. Aber nein. Der Bogen muss immer alles besser wissen. Der weiß immer alles besser. Du, ihr kennt mich doch. Ihr kennt mich doch. So, muss ich jetzt da hoch? Wo ist denn dieses blöde Funkgerät? Hey, das ist da oben. Jetzt hört sich zumindest so an. Hä? Wo wir jetzt auch. Wo wir jetzt sind. Iiiiihihi. Also, was mir hier fehlt. Was mir hier echt fehlt. Oder muss ich jetzt einfach nur da runter springen? Das hört sich so an, als ob das hier da drin dahinter wäre. Verdammt, Mann. Wieso? Muss es so kompliziert sein? Funker lautlos töten. Ach, Moment. Ich muss diese Bad Boys umbringen. Ah, so. Ich muss diese Bad Boys umbringen. Oh, oh. Nicht gut. Nicht gut. Nicht gut. Da ist ein Bad Boy. Es sind sogar zwei von denen. Hehehe. Okay. Dann müssen wir jetzt rumbringen. So ganz offensichtlich. Hoppala. Aua. Ich hoffe, wir kommen keine bösen Viecher, oder? Keine Quallen oder so. Gibt's Quallen? Okay. Okay. Ich hab die Sache im Griff. Ich hab die Sache total im Griff. Wie wär's, wenn du mal einfach ganz kranken Abgang nachhinter machst? Sehr schön. Oh, was? Gut. So. Und um den Kollegen und den anderen kümmere ich mich jetzt. Komm, 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 komm. So. Adios. Oh. Ja, dass du da hier. Da hast du noch mal. So, und jetzt. Ja. Ja, wie gibt's noch einen, oder was? Ach, willkommen. Echt jetzt. Jetzt, echt jetzt. Och, nö, oder? Hä? Oh je. Aber ich hab die doch... Ich hab den doch durchsucht. Also, ich hab den doch durchsucht, oder? Ich hab den Kerl doch durchsucht. Da, guck dir schon an. Der blutet richtig förmlich in meiner Waffe. Und an ihre Informationen kommen. Na dann bitte, dann komm doch mal an ihre Funktion ran. An ihre Informationen, ey. Oh. Der hat da jemanden gesehen, ne? Ich finde dich. Oh, oh. Oh, oh. Los. Jetzt geh da hin. Ganz offensichtlich. Du hast nicht gesehen, woher ich sag... Oh, oh. Wer geht denn da? Ach. Nee, bitte nicht. Oh. Was? Was? Ich stell mich echt... Ich stell mich echt so blöd an, oder? Ich stell mich echt so doof an. Sag mal, was, 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 was? Was? So, schön. Schön, dass die alle tot sind. Ey, dich hol ich mich jetzt auch, ey. Du kleine Stinkratte. Du Stinkmörchel. Ist das aber auch so ein Funker, oder was? Sind alles so kleine Möchtegern-Funker. Und anscheinend... Oh nein, nicht gut. Yeah. So. Jetzt zum Funkerrett. Mmh. Mmh. Mann. Nervensägen, ey. Ganz ehrlich. So, jetzt halt aber... Jetzt muss ich da ganz hoch, ne? Siebste, aber ständig. Könnte nicht leichter sein, ne? So. Aber hier, eine halb zerknüllte Zigarette. Sowas braucht man auch. Dafür kriegt man bestimmt noch ein paar Euro. Wahrscheinlich. So. Mein Gott, ey. Wahnsinn. Aber da hinten ist noch anscheinend eine Kiste. Naja. Eine große Feder. Und zwar ein Rest des Kröten. Besser als nix, ne? So. Na dann. So. Ah ja. Das nimmt Erpresservideos in der PC auf. Im Lösegeld. Mir wurde gesagt, ich soll Käufer auftreiben. Tu das. Sobald das Geld von den Eltern kommt, gehen die Geiseln auf den Schwarzmarkt und ihr beliefern deine Käufer. Oh. Ich hoffe, das Geld. Das gefällt, Papa. Hey, nicht über Funk. Auf der Medusa wurde Alarm ausgelöst. Oh, oh. Wir sehen es. Wir sind am nächsten dran. Scheiße. Die kommen hierher. Ich bin soweit. Jetzt für dein Leben. Körperpanzer. Uh. Körperpanzer reduzieren. Die nix, dann schaden. Acht auf das Neuerfeld. Oh, ich hab ja noch voll. Cool. Ich muss ja anscheinend wieder zurückgehen, ne? Na dann. Schwierig. Schwierigkeit? Du kannst jederzeit die Schwierigkeitsgrade ändern. Ja, ja, ja. Ist mir egal. Wo sind die jetzt? Oh, oh. Oh, oh. Okay. Wow. Ach, du meine Güte. Oh, je. Oh, je. Nein, nein, nicht hin. Nicht. Nein, nein. Puh. Aus und. Puh. Nein, gleich mal es nicht pengen. Ei, 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 ei. Wow. Okay, jetzt geht's mir eindeutig zu weit. Jetzt geht's mir eindeutig zu weit. Da, wo du nicht bist, wahrscheinlich. Meister, unglaublich schlug. Äh, schlug. Unglaublich klug, wollte ich natürlich sagen. Ein roter Volker-Chicky. Dieses Mal krieg ich dich, das schwöre ich dir. Oh, naja, dann komm doch her, hm. Wie wär's? Tja. Gut, dann muss ich jetzt wohl alles töten, ne? Gewaltsam. Versteht sich. Na dann. Dann was? Boah. Dann schauen wir mal, wer hier zu... Wer hier wen zuerst aufschlitzt. Hippi. So. Na dann. Schauen wir mal. Wer wen zuerst aufschlitzt. Ja, das ist mir... Ach ja, Kuh zum Heil, ne? Das ist leider nicht vergessen. Das ist gut. Immer praktisch. Okay. So. Oh, oh. Nein, nein, nein. Oh. Oh, oh, oh. Okay. Du sagst einfach nichts. Hat er mich jetzt gefunden, oder was? Tatsächlich. Er hat mich jetzt echt gefunden. Oh, je. Das ist natürlich... Sehr unpraktisch. Sehr unpraktisch. Wer mich jetzt gefunden hat, ne? Das ist sehr uncool. Gut. Dann, äh... Wie wär's, wenn wir jetzt einfach mal ganz... Was ist denn jetzt mein Aufgabenziel? Steht es hier? Beseitze die Verstärkung. Verdammt, ich muss die halt töten, ne? Ach. Leck mich selber fett. Na, 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 na. Okay. Kommt der von unten? Ich hör da. Oh. Kopfschuss. Oha. Fähigkeitspunkte halten. So, voll einsetzen. Granate abkochen lassen. Das ist für den Käse. Brauche ich nicht. Äh... Teilweise regieren sich 25% schneller. Was gibt's denn noch? Du kannst um 25% schneller sprinten. Uh. Schnell verstecken. Aber ich glaube, das ist cooler. Tintenkleckse. Oh, oh, nein. Könntest du aufhören, deinen Arm zu begutachten, wenn du hier gerade im Krieg bist, Mann? Oh. Okay. Wo sind hier die anderen? Ach so, da unten sind sie. So. Los. Sehr gut. Jippiei, jay. Aber das hört sich nicht gut an. Das hört sich ziemlich verrückt an hier. Okay. So. Den holen wir uns jetzt auch noch. Oh, tut mir leid. Wo ist der Rest? Komm. Keiner kann sich verstecken vor dem unglaublich bösen bösen Wend. Ich werde euch alle beklauen. Wo ist denn der? Ach, da hinten. Ach, in... Oh, versteckt doch nicht alle in diesem blöden Boot, ey. So, aber jetzt halt. So. Nyaaah. Hey Dennis, bin auf der Medusa. Die Raten sagen, dass... Jason, was will unseren Tod? Keine Zeit zum Reden. Komm nach Amanaki, ja? Alles klar. Wir brauchen deine Hilfe. Alles klar. Bam. Tja, eine Goldkette. Uh. Wir sollen nach Amanamaki kommen. Nach Amanamaki. Amanamaki. Auf geht's. Na ja, dann machen wir ganzes Wort. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe es dir gefallen und würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Video bei Far Cry 3 mit mir dabei seid. Mein Name ist Ben und ich sage für heute auf Wiedersehen. Tschüssi.